Soll ich hier rein? Oh, das soll doch bestimmt so, ne? Warte mal. Was soll doch so? Ich muss da doch hundertprozentig rein. Ich habe sie gesagt, nicht zu gehen. Es gibt keinen Weg, dass wir sie jetzt finden können. Und, lass uns sagen, sie ist wahrscheinlich bereits tot. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? A tricking cat. A cat? Meow. Meow. Hi there. I can't believe we are following a stray cat through the woods in the middle of the night. Jennifer! Stop windscreening. Jenny! I really feel like it's leading us somewhere. Ugh, this bog stinks of death. Really? To me, it just stinks like shit. Well, yeah, that too. Death and shit. A popular combination. What the fuck is this? This is it. The Green Family Manor. Oh. Oh. Most people think it's just a legend, but it's really here. Great. Yeah. But take it down a notch, man. Could you? Remember the dead girl in the cave? Yes. But don't worry. I've got this. Well, you keep saying that, but... I don't know. That shit was fucked up. Yes. I agree. But unlike her, I know what I'm doing. I don't see you carrying any weapons. That worries me slightly. We don't need weapons. Just stay back and let me do the talking. Weil die kein Männern was tut, sondern nur Frauen? Bis jetzt haben wir nur Frauenkörper gesehen, aber unten habe ich nicht so darauf geachtet, muss ich tatsächlich sagen. Danke, Kätzchen. Oder doch. Doch. Die hatte einen Typen mal. Doch, doch, doch. Hi there, Walter. How are you? Oh. Do not be alarmed. I come as a friend, so please, hear me out. My name is Arno and I'm your biggest fan. I know everything about you. I even know your secret. The thing no one else knows. Ja, der ist bestimmt sehr sicher, das jetzt zu sagen. Okay, because it's safe with me. I just, I really admire you. And I understand that you have done all these horrible things for a reason. I came all this way. There was something important. Something that will change everything. Walter. I... No. Don't. Stop it. Right now. Arnold? Shit. Let's finance it and get the fuck out of here. Ah. Ach, Mann, ey. Ja, aber wir müssen dem Penner ja auch, oder? Soll er denen helfen? Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Er ist doch jetzt so nah mit seinem Idol. Jenny? Erzähl sie uns. Oh, so Röcke habe ich damals auch getragen. Sind voll schön. Ach so. Ich steuere sie jetzt hier. Okay. Oh Gott, jetzt bin ich mal gespannt. Mann. Ich weiß nicht, was soll er jetzt machen? Wo ist die Katze? Wir müssen alle mitnehmen. Ist das... Oh, nein. Wir können ihn nicht saveen. Doch. Der große Pile von Muskeln wird uns in Biss, wenn wir zurückkommen. Aber... Vielleicht kann ich ihn davon ausreden. Ich verstehe die Das ist ein Geheimnis, Walter. Oder soll ich sagen, Sheila? Ja, du bist eine Mädel, oder? Klar, du bist Pompayon und du möchtest hier in diesen Wäldern, aber ich glaube, ich weiß, dass ich all das getan habe. Du hast diese ganze Scheiße da vom Krieg gesehen und du kannst den Ganzen nicht entkommen, sacrifice everything for this country and realize that they are just using you. Alter, mein. Das ist aber schwierig. Also ich würde eher das Erste nehmen, tatsächlich. Aber sie ist ja nicht, das ist sie ja nicht. Was hat sie denn auf ihren Bandagen stehen? Das sehe ich auch nicht. Was ist mit dem Vater? Also sie kümmert sich ja wirklich sehr um den Vater. You wanted to be like him. Bitte nicht spoilern im Chat. Your father, isn't it? You loved him and wanted to be like him. Boah, Alter. Das ist aber jetzt schwierig. Das ist wirklich schwierig. Oh mein Gott. Dann hast du schwarze Magie entdeckt und du hast versucht, ihn zurückzuholen. Oh, das passt sogar. Aber dann hast du irgendwann dein, ja, da, you lost your mind, bla bla, und du brauchst Hilfe. I would break your father's heart. Es würde dein, das, dein Vater das Herz brechen, wenn er sich so sehen könnte. Warte, sehr. Revival-Döner. Warte, das war's für Jahre, du hast die Menschen getötet, nicht weil du ein Kick ausgetauscht hast, sondern weil du brauchst dich für deine darken Ritual. Except, es war zu no avail. Walter Green's bones gather dust in the Coffin upstairs und no amount of spilled blood will ever bring him back. Because Walter ist weg. Du kannst immer noch eine Wahl treffen, Sheila. Du kannst uns gehen lassen. Bitte, es muss doch nicht so enden. Ah, es ist doch schweig, komisch. Ah, zwei komische Auswahlmöglichkeiten. Bitte, es muss doch nicht so enden. Oder du kannst, du hast immer noch eine Wahl, Sheila. Du kannst uns gehen lassen. Ja, ich hätte wohl das andere nehmen sollen. Wups! Okay. Scheiße, Scheiße. Oh, ich würde das gerne nochmal machen. Schade. Ich glaube, wir waren auf einem guten Weg. Ich glaube, wir waren wirklich auf einem guten Weg. Okay. Hm. 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 Scheiße. Ich hätte was mit den Schieler nehmen sollen, weil sie dann nochmal den Namen erwähnt. Kacke. Ich wusste auch nicht, dass sie es so ängstlich sagt. Sie hat es ja auf jeden Fall jetzt gerade so, so unsicher ängstlich gesagt. Ich habe mit dem Puppi-Mod. Ich habe mit dem Puppi-Mod. Ich habe mit dem Puppi-Mod. Für wirklich? Ich habe mit dem Puppi-Mod. Ich habe mit dem Puppi-Mod. Ich weiß nicht, dass er das nicht verdient ist. War er so blicken? Ja. Was ist es? Wenn ich nur mehr Zeit habe. Vielleicht könnte ich ihn auch schützen. Was getan ist. Er wusste, was er hatte. Wir haben ihn sicher. Aber wir können nicht mehr Zeit zurück. Es sollte mir sein, dass er das ist. Das sag nicht. Warum würdest du so denken? Dieses Ehrlichkeitsding ist ganz furchtbar. Weil ich das auch in Spielen ganz extrem habe. Egal, wir reden nicht mehr über Game of Thrones. Dunkles Kapitel meiner Spielegeschichte. Alle gestorben. Alle gestorben bei mir. Weil sie in Pose rausstecken. Ne, das ist bei diesen Rücken. Ich hatte auch solche Röcke. In den 90ern. Gut, das ist von der Frau vom Opa die Klamotten. Ich bin alt. Ich mach das erste trotzdem. Die haben uns auch das Leben gerettet. Du? Was? Du? Du bist uns schützt, weißt du? Ich dachte, ich war. Mein Zeitpunkt ist fast. Und Arno? Du könnte sich lang, glücklich leben. Du bist lange, glückliches Leben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht was. Es gibt nichts zu sagen. Let's get back to the farm. I bet George is up already. Someone's got to make him a sandwich. Oh, Bloody Mary. You guys, go ahead. I'll join you in a minute. Yves, gute Nacht. Stab gut. Du kannst jetzt raus, kleine Freundin. Hallo auf YouTube. Meine Mods erinnern mich Gott sei Dank immer an die Aufnahme. Deswegen habt ihr es weiterhin in Top-Qualität, dieses Spiel. Äh, ja, ich werde Pipi machen. So. Das geht. Und dann müssen wir auch mal draufklicken. Und dann kann man auch weiterspielen. So. Hallo. Sie hat die Mods Gott genannt. Natürlich. Natürlich. Die Mods sind doch Gott. Meine Güte. Du kannst jetzt raus, kleine Freundin. Oh, ja stimmt die Kette. Ich weiß, dass du mich folgst hast. Ach du bist es. In einem Tag. Mal. 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 Arno, let's go. Ja, der... Beim Arno ist das jetzt ein bisschen anders, ne? Die würden wir natürlich so gerne wieder beleben. Hört sich irgendwie so schleimisch an, wenn wir jetzt durch die Türen gehen. Sandwich time! Wow. Someone's popular today. Aww! Huh? What do you mean? The cats. Just look at them. They adore you. Cats? Oh. Oh, yes. These furry rascals are rather lovely, aren't they? Sarah mentioned something about cats not being allowed inside. Really? Well, she's always preferred dogs. But don't worry. We can keep the cats a secret. Kieran won't say anything to her either. And Jenny? Wow. Ladies like her, never stay long. She'll probably be gone before next Sunday. Hey, you're not heading towards the kitchen by any chance, are you? Ja, wir machen den Sandwich. Yeah. You hungry? Oh, he wouldn't mind a nice army. Yeah. Right. I'm on it. Ich will nicht schlecht von dem denken. Ich denke jetzt gut von ihm. Und guck mal, hier ist doch jetzt schön. Du bist nicht mehr alleine. Du hast jetzt Leute um dich herum. Ist doch voll schön. Jetzt machen wir aber ein richtig gutes Sandwich. Jetzt machen wir ein Standard-Sandwich. So wie ich mir denke, dass Engländer das mögen. Thunfisch mit Marmelade. Oh, Kalender sollte ich noch checken. Was? Zuerst kommt das Brot. Dann kommt der Käse. Dann kommt Ham. Dann kommt nochmal Ei. Auch wenn das Ei doof aussieht. Und dann kommt das Ding hier drauf. Nein, ich... Oh, warte! Das sollte noch nicht... Nein! Nein! Also ich kann nur zwei Sachen und dann muss ich... Achso, nee, warte mal. Ich hatte Käse. Vier Sachen hatte ich jetzt drauf. Warte mal. Äh, Käse, Ham und... Okay, ich darf mal zwei Sachen in haben. Ich hatte Käse. Okay. So, dann müsste jetzt schon das Brot oben drauf. Warte mal ganz kurz. Ich will mal was anderes probieren, ja? Ich... So, warte mal. So, warte mal. So, warte mal. So, warte mal. Um... Ich bin froh, dann will nur essen. Und bitte kein Mixi Gaming. Ich hab kein Stranges Sandwich gemacht. Ich würd hier gern raus, wenn ich nochmal den Kalender eben lesen will. Das sind... Das ist dein Birkin. Ah! Was ist das? Iiii! Mayo würde ich auch machen. Du musst immer Mayo überall auch drauf machen. Ah, dann würde ich es so machen. Guck mal, erst Mayo. Also ich würd's komplett umgedreht machen, aber dann das hier. Aber Ham & Cheese und Mayo ist irgendwie nicht so geil. Dann würde ich eher Master abnehmen. Ich mach das jetzt so, wie ich gerade hatte. Ich find, das ist ein gutes Sandwich. Take the Sandwich. So. Das ist ein gutes Sandwich. Das ist ein gutes Sandwich. Ich krieg ja schon wieder sein Essen. Ich fasse es nicht. Ich würd' kein Making-of von dem Spiel sehen. Das sind wir! Oh mein Gott! Nicht ich, die ein gutes Sand erwählt haben will. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich war so krass perplex deswegen, dass ich vielleicht was verpasst habe. Ich gehe sonst immer zurück. Ich gehe sonst immer den Weg, den man nicht gehen soll, ne? Einmal nicht gegangen. Oh, okay. Das bewundert mich jetzt aber okay. Ich hau die alle runter. Runter. Runter da. Ihr werdet alle leben. Hier hat noch gelebt. Dass das geht. Ich will das irgendwie machen. Boah, im Hintergrund, das ist gesungen. Ich probiere die unmöglichsten Sachen aus und die machen was? A golden key found inside a human pinata? Wenn der Erik das jemand spielen sollte, sage ich ihm nur eins so. Alles, was du denkst, was du nicht machen kannst, probiere es. Dann war es doch noch die vorletzte, ey. Alter, wie assi. Ey. Au. Partner verfeiftet. Ich wollte einen makaberen Witz machen. Ich wusste ja nicht, dass das geht. Ich bin intelligent. Hallo, Berndke. Man müsste auf einmal so riesig. Bigger today. Ja. 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 Das war mitzs. All ready. Well done, Angeline. Du hast wirklich getan. Hm. Ich denke, ich bin. Thanks. Aber warum bin ich hier wieder? Das ist wie Dinge auf Burnhaus-Land – Er ist wichtig, wenn du es findest. Du kannst wirklich nicht absolut niemals verlaten. Bin ich tot? Ich bin tot, zu sterben. Ich kaff mich. Mary Willis Not like you. Oh. Huh? One day her colleagues caught her stealing blood bags. She was secretly stashing them in the trunk of her car so she could take them home. Mary lost her job but did not go to jail. Instead, she spent a couple of years on the psychiatric ward, treated for schizophrenia. Okay. But what's that got to do with me? You will enter Mary's house and spill a drop of blood into her meal. Then you must make sure she consumes it. Why? Because blood is where your sickness lives. If you want to cure it, you must first share it with someone else. What? Someone horrible, like Mary. But won't that kill her? No. It's just part of the ritual. The only meaning it has is symbolic. How do I make her drink it, though? She loves all blood. She'll love yours, too. They call her Bloody Mary for a reason. You'll see. Now, go back before poor old George starves to death. But I... No. Quiet now. Listen. Okay. Be still. And let the darkness take you back into your world. Andi? It's the cancer, isn't it? Oh, you poor thing. Is there something that I can do? Ähm... Nein, behandle mich einfach nicht, als würde ich sterben. Ich brauch das wirklich nicht. Äh... Kannst du das für dich selbst behalten? Ich find ich, dass irgendjemand sich für mich... Also, ne? Dass irgendjemand mit einem in mir hat. Ich kann einen Freund gebrauchen. Eine Freundin. Ich kann einen Freund gebrauchen. Aber... Du weißt. Ich verstehe, wenn du gehen musst. Diese desolten Fahne ist nicht wirklich das richtige Ort für jemanden wie dich. Eigentlich... George hat mir gesagt, da ist ein Sparebettrum upstairs. Ich kann es, wenn ich will. Oh, ja. Ich könnte auch ein Freund nutzen. Angie? Okay. There's just one problem. The room... Well... ... 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